Studium haut nah. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Campus und Tour konnten Schülerinnen und Schüler der Richard-Müller-Schule in Fulda schon einmal Campusluft stuppern. Prof. Dr. Heinz-Peter Höller von der Fachhochschule Schmalkaiden gab eine exklusive Schnuppervorlesung aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Das Spannende an dem Studiengang Wirtschaftsinformatik ist, diese ganz spezifische Kombination zwischen wirtschaftlichen Aspekten und IT-Aspekten. Und so wie wir, glaube ich, das in Schmalkaiden angegangen haben, ergibt sich am Schluss ein Qualifikationsprofil, von dem wir wissen, dass es in der Praxis sehr gut ankommt und unsere Studierende in dem Bereich der Wirtschaftsinformatik damit sehr erfolgreich sein können. Anschließend stand der Professor sowie Campus-Spezialisten der Hochschule Harz, der Fachhochschule Schmalkaiden, der Hochschule Neubrandenburg und der brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senfberg für Fragen rund ums Studium und Gespräche im Kleinkreis zur Verfügung. Sie gaben einen Einblick in das Studentennehmen an ihrem jeweiligen Hochschulstandort und zeigten die Vorteile eines Studiums in den ostdeutschen Ländern. Außerdem konnten die Schüler mit Hilfe von sogenannten Virtual Reality-Brillen einen Rundgang auf dem jeweiligen Campus machen. Leckeres Essen, angenehme Gesellschaft und funky Live-Musik, das erwartete die Besucher beim Picknick in der Nöherstraße.